Hi. Der ist mal freig. Wenn er von hier kommt, kann er hier nicht reagieren. Wenn er von hier aus Mumbai kommt, dann kann er hier reagieren. Und zwar von vorne wie von hinten. Und vor allem die dreimal wiederholen so. Dreimal wiederholen. Und von diesen nützt das auch nichts. Weil hier ist eh. Da muss ich runter. Da geht das hier ewig runter weiter. Und dann, dieser war verkehrt. Von hier. Und von hier nur wenn ich sehr gut kippe. Sehr gut von mir kippe. Dann kann ich hier dreimal machen. Dann geht er. Und der geht auch nicht richtig. Einigermaßen. Der geht einigermaßen richtig von hier. So. Und jetzt die drehte Hand. Und von hinten weg. Dann geht auf jeden Fall richtig. Der von hinten. Und der von vorne. Und der von vorne. Wieder für hinten. Und vorne. Hinten. 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 Vorne. Hinten. Hinten. Kommt er genau hier hoch. Auch im gleichen Länder. Wie Sie sehen. So, und dann war ich dich, auf jeden Fall von Bahn zu Link bis Tankui, im Groß, im Klein-Kai-Chi-Tankui und im Groß. So, und hier, 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 und hier, und dann nicht nach da wenden, so, und dann so seitlich drücken, so wird's gemacht, nein, nach hier wenden, hier rüber schlagen, und ins Hamburg-Kai enden, Kirwan, dann geht hier schön der Schritt rum, und von da geht er sowieso in. In das Kopchen rein, aus der Kopchen raus, treten, nicht in die Kopchen, treten, nur wenn du gut bist, nur wenn du gut treten kannst. Okay. 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 Okay.